Wir haben heute alles für Sie versandkostenfrei, alles. Ob wir das in der Sendung zeigen, ob Sie vielleicht nachbestellen möchten, ob Sie bei uns im Sortiment stöbern auf QVC.de, spielt keine Rolle. Es ist alles, alles, alles versandkostenfrei. Und liebe Neukunden, der Neukundengutschein von 10 Euro, der gilt auch natürlich heute für Sie, was gerade bei diesen kleinen, schönen Schnäppchenangeboten von 20, 25 Euro ganz besonders lucrativ ist. Also egal, ob das kleinste Schräubchen oder aber die große Waschmaschine. Heute ist Ihre Shoppingparty, aber nur noch bis Mitternacht. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, das muss ich ganz kurz loswerden. Ich war ja gestern in Berlin. Und zwei, die jetzt in Berlin zuschauen, nämlich der Maik und der André, die sind auch ganz begeisterte QVC-Shopper. Dann grüßen wir ganz herzlich. Vielleicht schreiben Sie ja auch eine WhatsApp-Nachricht. Sie dürfen uns schreiben, was vielleicht heute Ihr Highlight war. Und wenn Sie sagen, ich weiß noch gar nicht, was mein Highlight heute ist, dann würde ich sagen, entführen wir Sie mal in die nächsten drei Stunden, weil wir haben so viel, Kerstin. Wir machen jetzt eine ganz flotte, aber sehr aus Fülle auf und runter verwendet. Und es ist auch ein Shampoo, das belebt Ihre Kopfhaut. Jetzt mag man vielleicht überlegen, ein ganzer Liter ist ja schon echt viel, ne? Ja, aber was kann das denn, was andere Shampoos sich zu leisten vermögen? Ich möchte nur kurz sagen, wir hatten heute einen Bestand von fast 40.000 Tagesangeboten. 40.000 Tagesangeboten. Wir haben jetzt die letzten nicht mal mehr 3.000 großen Pumpspender. Hört sich jetzt erstmal wahnsinnig viel an, aber wir haben jetzt drei Stunden vor uns. Und allein in der Sendung mit Sascha sind 7.000 Bestellungen eingegangen. Das kann jetzt richtig schnell gehen. Deswegen lieber erst bestellen, Warenkorb abschicken und dann in Ruhe zuhören, falls Sie jetzt gerade noch nicht genau wissen, um was es da geht. Sie können heute 5, 6, 7, 12 Warenkörbe der Reihe nach abschicken. Es ist alles versandkostenfrei. Wir fügen die Bestellungen sowieso zusammen. So, normalerweise am ersten Mal Schamponieren schon spüren, dass Sie eine andere Kraft haben. Absolut. Das war mein Aha-Moment, als Timo mit dem Koffeinshampoo das erste Mal um die Ecke kam. Ich habe immer das große Glück, dass ich direkt testen durfte. Und ich habe in der Dusche gestanden, ich vergesse das nicht, weil das ist ja das Shampoo, was ich nahezu täglich, also bei der regelmäßigen Reinigung verwende. Ich wasche und wasche und denke so, das wird ja immer mehr. Das fühlt sich gut an, das fühlt sich stabil an, das fühlt sich nach Substanz an. Wir haben mal für Sie ein paar Stunden heute im ersten großen Shopping-Festival für das Jahr 2024. Gilt auch wie die Jahre davor. Alles ist heute versandkostenfrei. Das heißt, das, was wir Ihnen jetzt an Neuheiten, an Premieren, an Besonderheiten zeigen und das gesamte, gesamte Sortiment. Alles, was Sie von M.A.S.A.M. bestellen können. Jede Waschmaschine, jeder Kühlschrank, jedes modische Highlight, Taschen und so weiter. Egal was, egal wie viel, egal innerhalb Deutschlands, wohin. Alles ist versandkostenfrei. Und jetzt sitzt Beate Igel bei mir mit einem noch ganz trockiges Angebot. Wir blenden Sie ihn gerne nochmal ein. Der ganz große Liter von Ahuhu. Da können Sie noch ein paar Wartelistenplätze besetzen. Es gibt keine Möglichkeit der vorbestellbaren Menge, aber auch die Wartelistenplätze bleiben versandkostenfrei. Und jetzt kommt für Sie auch so die ein oder anderen Unreinheiten. Ich habe auch eigentlich einen sehr ebenmäßigen Hautton, aber die falten. Die falten, die stören mich. Ich möchte einfach glatter sein. Dann mit Vitamin E. Tolle Farben und zwei hübsche Frauen. Das hören Cindy Marina Gerst und ich am aller, allerliebsten. Und wir haben auch mit die größte Kipling-Tasche zum kleinsten Preis. Um Ihnen mal das zu verdeutlichen, das sind hier mit die größten Kipling-Taschen, die wir bei uns im Sortiment haben. Und schauen, Cindy Marina Gerst wird Ihnen gerne auch zeigen, wozu Sie welche Farbe gut in Szene setzen können und wie man das kombinieren kann.